Ich muss hier weg. Komm her, du! Komm her! Jetzt können welche auf den Gabelstapler aufsteigen. Ähm, zum Nachtanken. Ach, muss ich dann? Ja. Die kleine Anzeige ist deine... Ich bin Autoschrof, da kann ich nicht mehr einsteigen. Steigt mal einer bei mir ein. Wo bist du denn? Schieß mal ein bisschen rum. Und, und, ich seh da welche, ich seh da welche! Wo bist du denn? Ah... Oh Gott! Freil Neusky fährt. Komm schon! Ich komm zu dir, ich hol dich ab, wo bist du? Du kannst die Fuhm und umbringen, indem du aus dem Fahrrad im Auto springst, und das Auto weiterfährt. Oh Gott, doch, 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 doch! Aber nicht zu schnell fahren, aber das geht echt geil. Warte, ich springe ja mehr, als dass ich was töte. Schnell! Einsteigen! Nein! Ah, ich komm nicht rein! Du musst, du musst ein Sitz, kann das sein! Na, aber das stand gerade, warte auf Besatzungsmiliter, komm, versuch's nochmal. Huja! Nee. Geht nicht. Geht nicht. Oh, kannst du auf die Gabel stehen? Ich glaube nicht. Oh Gott, da brennt ein Bus. Bin ich. Geh auf zu brennen. Oh scheiße, so kannst du... So. Du, 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 du! Oh, nee, hält das nicht. Ah! Ich heil mich halt, ich kann nicht heilen. . Nein, 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 nein. Die da! Nein, 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 nein. Kohle, gole, gole! Das ist immer noch... Du, 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 du! Du, 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 du! Du, 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 du. Oh mein Gott! Auf der Weg! Auf der Weg! Straft'e Komando. Reden rum! Da bin ich schon im Auto! Oh Gott! So, machen sie ihn fertig. Komm hier, Munition für dich. Ich werde... Das ist viel zu doof. Das ist eindeutig viel zu doof. Ich weiß nicht was du meinst. Das ist absolut genial. So funktioniert es. Oh Gott, da kommt er! Nein! Du Penner! Ja, das liegt für mich! Wir töten einen Timo. Der bringt sich jetzt selbst nach unten. Nein! Oh Gott! Er fliegt, er fliegt! Du jetzt stirbst, Alter! Ich hau dich. Juuu! Mein Gabel startet mal wieder. Oh Gott! 5.000 Meter! Einer von euch muss sich eine Bazooka kaufen. Oder einen Granatenwerfer. Ah, meine Flinte! Ich hab sie gefunden! Will jemand mit? Ne, ich bin ja eklig da. Ich hab alle die Waffen verloren. Ich hab nichts mehr. Ich hab sie gefunden. Was ist mein ganzes Geld? Meine liegt irgendwo. Ich hab den Ort meines Todes nicht mehr im Kopf. Kann man denn mit einem normalen Auto auch schieben? Geht das? Hm? Mit einem normalen Auto einem schieben? Geht das auch? Ne. Oh ja, warte mal. Lass uns mal draufstehen. Guck mal, ob's das geht. Aber ich glaub fast nicht, weil es so schnell ist. Ach, das geht doch. Hat jemand Kohle für die Trenchcan für dich? Ich bräuchte's nur noch 500. Ich bin zu weit weg, ich komm nicht hin. Geh mal bitte weg, bist du weg? Ja, ja. Hat jemand? Ja schon, aber ich bin zu weit weg. Ja, ich komm nicht mal das Auto rauf. Das hat dem Auto keinen Schaden gemacht. Warte mal, bleib mal. Wenn du im Taxi stehst. Nein, nein du gehst. Bleib mal stehen! Ich hasse dich. Ich schieße dich auf dich verflucht. Warte, stell dich mal hier an den Hügel ran, ob wir von oben rauf kommen. Ne, es geht nicht. Stell dich mal an den Hügel ran. Ne, es ist ein anderes Modell, es wird nichts mehr. Stopp, stopp. Ah, ja. Okay, warte Sir. Ich komm, ich komm, ich komm. Ja, du nicht, das ist zu viel. Du, das funktioniert hier. Mann, Sieh, jetzt schön langsam. Fahren. Fahren. Ganz langsam, fahren. Ich fahre doch jetzt. Kann ich schansen? Nein, nein. Wir haben zwei Drittel mit unseren Männer verloren. Ups. Wir brauchen ein anderes Auto. Ich hab ein Auto gefunden. Ich muss rennen. Sirene darf mich nicht kriegen. Nein, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Kannst mal da irgendwie hochsteigen. das ist so krass eine schrotflinte nein böse das sucht es sich einfach nicht pippa polizei polizei entschuldigung ich hab dich erwischt ja überkill was zum hänker hier geht es gut wie geht es fein so muss das sein ich geh auch keiner ne nicht kaputt du scheiße geh doch nicht hier oder was er hatte ewig die lebenspunkte oh gott so wie zu schiefen nein wer die kennt sich meint das auto aufgehalten mit seiner kettensäge nehme ich an verstehe ich aber nicht ich habe ein neues auto gefunden nein du nicht du nicht du bist weg du bist weg polizei ich komme polizei ich komme polizei ich komme warte nehm ich mit wow was ist da passiert nein der kettensäge muss einfach zu viel zu überfahren das glaubst du den hält ich nicht aus den hält ich aus wo ist er ich glaube nicht dass er explodiert das ist ziemlich tot aber ist aber so da ich muss in den helikopter ich werde verfolgt nehm sie mich mit da viel glück keine gute idee nein ich habe leichte einparkprobleme gerade oh verdammt schießen wir uns am fliegenden hubschrauber drauf mit dem pump kann hast du was ich habe nichts aber ich habe was bleiben sie stehen das auto habe ich ihn erwischt habe ich ihn erwischt ja guck an direkt da neun 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 muss zum gabelstapler wo gabelstapler was wo neun 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 einer fährt auf der gabel mit oh neun 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 muss sinken alles gut alles gut alles gut ich habe munition genommen und das hänge ich fest nein ohja ohja warte bleib doch stehen schieß auf nicht auf mich schießen oh gott wie soll das steig auf die gabel vorne bleib stehen jetzt umdrehen nach vorne jetzt kann ich mal holen und jetzt nach oben das geht es auch noch nee das geht nicht da fällst du auf auf geht's weiter ja du fällst auch das sind noch böse Männer Ja, 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 stopp. Du sollst dich auch mal heilen, du bist teil im Arsch. Ich muss auf den Kettensägenwann schießen und muss anhalten. Nein, nein. Hab ihn gleich, ich hab ihn. Tschüss, Kettensägenwann, weiter geht's. Panzerkommando, heil dich mal. Da war noch ein zweiter, da war noch ein zweiter. Links oben, siehst du ihn? Moment, ja, ich sehe ihn. Schieß, ich muss nämlich gleich weiterfahren. Schieß! Ist heute nicht. Vorbei. Tuck, 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 tuck. Tuck, tuck. Okay, neu anfangen. So. Wannst du nicht sehen, dass ich nachlade? Das ist nicht mehr. Aber ich habe die Munition. Das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr. Alter, stell dir mal vor, so eine große Map, vielleicht viermal so groß, nur Gabelstapler, zweier Teams, einer fährt, einer der Bazooka und ein gegeneinander. Hier, wer muss ich so? Das war doch episch geil, Alter. Das war extrem episch. Hoch, 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 hoch. Ich muss wegfahren, ich muss wegfahren. Wie leben denn noch? Eigentlich sind wir tot, ich sollten es beenden, dass die anderen kommen. Das ist ein Weg. Autsch! Hop, hopp, töde. Wir könnten es auch noch schaffen. Ja, dann schnell. Hopp, töde. Ich schaff uns noch. So. So. Autsch. Würde doch einen nach dem anderen. Du, 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 du. Der ist zu langsam irgendwie schwarz ausdringen. Oh, fuck. Oh, fuck. Mal Granate oder irgendwas. Du hast keine Bazooka mehr. Oh, fuck. Also, was hast du denn für ein Problem? Äh, hallo, voll zu. Alles nicht so einfach hier. Eigentlich schon. Da ist ein Auto hinter dir. Ich bin klug, bist heute schon zu fest in einem Haufen. Pass auf, ich lade nach. Aber Chris, weil du gemeint hast, du willst, du willst eine, äh, Karte kreieren. Das wär's doch. So, so die Karte? Ah, verdammt. Dann nur Gabelstapler. Und Bazookas. Okay. Wenn ich's schaffen kann. Und dann Zweierteams. Einer fährt. Und einer, äh, steht vorne drauf und schießt. Und der Granatwärfer, irgend sowas. Also die beste Welt überhaupt werden. Granatwärfer. Ich helfe dir! Komm schon, die letzten paar auch noch. Den hier. Ist auch zu schau. Und den hier, oh ja. Den hier auch noch. Den hier, wow. Wow, wow, juh, juh. Ja, du Bitch. Oh, fuck. So, sterben sie mich hier nicht weg. Au, oh, da ist ne Sirene. Die krieg ich, die krieg ich. Die krieg ich. Meine. Meine, das ist eins. Juhu. Warum brennig? Der Truck ist so gut wie... Bro, juh, juh, juh. Da! Ich bin in Timos Ansicht und sehe, wo das Rack vorbei rollt. Ich glaube nicht. Wo ist der Letzte? Ich hab keine Ahnung. Irgendwo. Äh, das ist hinter, ne. Da doch, rechts, hinter dir. Rechts mal hier jetzt, rechts. Sofacht, sofacht. Es ist ein normaler, also wenn du den nicht kaputt kriegst. Ach komm, nö. Das muss der natürlich sein. Und dann holt sie euch. Schöne, große Kanonen. Ah. Es würde mich echt mal interessieren, wie man mit dem scheiß Heli wieder landen soll. Weil einfach nur, wenn du nur stillstehst, geht auch nicht langsam irgendwann runter. Ja, stimmt. Und dann hab ich's mit Q und E versucht und E war aussteigen und das war, hm. Blöde Idee. Bezeichnet ihr, dass ihr Geld zum Vergeben habt? Ich hab nur 200, ich bin tot. Ich hab nicht genau null. Ich könnte Geld vergeben, Moment. Sobald ich meine Waffe gekauft habe, schenke ich eine Ladung Geld. Das wär voll cool, ey. Aber das wär's doch so, so acht Teams. 800, wer braucht Geld? Ach, gibst du ihm einfach. Ich hab mir was anderes gekauft. Nee, hier ist keiner da. Hier, hallo. Die stehen alle um dich rum. Ich hab dich nicht gesehen. So, dann wächst ich noch so. Na super. Moment, lass mich mit einsteigen. Ich will auch irgendwo mit. Das ist doch gut. Kannst du rein? Nein. Komm mal her. So, wir suchen dir jetzt ein Auto. Bibi, Mann. See you later. Ah, das macht doch nichts. Komm rein. Gewankt. Ah, ich seh doch was für dich. Ich brauch einen Stabler. Ich brauch irgendwas, wo ich draufstehen kann. Ja, nein, nein. Okay. Ist schon ein LKW. LKW, da könnten wir doch vielleicht alle reinpassen. Oh ja, komm, lass uns das mal versuchen. Oh Gott, ist das ganz. Ich komm. Ich komm nicht rein. Ich kann aber nicht schießen. Ah, ich bin drin. Ich kann nichts machen, aber... Achso, ich kann auch nichts machen. Oh, fang. Versuch's mit Alternativ. Das war das dümmste Spot auszusteigen. Alternativfeuer? Nee, das geht nicht. Oh Gott, nein, 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 nein. Jetzt geh raus. Moment. Ich werde dich retten, mein Freund. Acht auf, ich lade nach. Feuer vom Himmel. Das... Oh Gott, nein, 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 nein. Verpiss dich. Das ist ein Auto. 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 Die Autos sind gerade einfach resettet. Ich gehe nicht richtig weg. Ich wein. Oh Gott. Moment, ich muss mir gesetzt sein. Der Hubschau ist tot, na endlich. Ich bin stolz auf dich. Das geschafft. Verschwindet. Verschwindet alle. Oh Gott. Nein. Halt, nehme ich mich jetzt. Oh, nein, nein, nein. Habe ich dich? Ja. Oh, fuck. Ich was kommen sehen, Alter. Wieso? Wieso fährst du da rein? Den kannst du nicht töten. Da war ein Kettensick. Ralf, Ralf, komm, ich habe einen Stapler. Du hast einen Stapler angefahren. Huch. Tarnkapit, Tarnkapit. Alter, ich... Alter, ich... Tarnkapit, ich schieße einfach. 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 Hör auf, dein Auto weg zu gehen. Alter, ich bin tot. Wo bist du? Hinter dir ist er, hinter dir, hinter dir. Rechts über den Berg, rechts über den Berg. Ich bin tot. Alter, 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 das war's. Oh Gott. Naja, der Game Mode ist ganz nett, aber irgendwie, wenn man nicht auf die Autos schießen kann, ist das blöd. Ja, das Spiel ist ja auch nicht dafür gemacht, also. Ich glaube, es geht wirklich nur ums Rumfahren. Jep. Wäre, glaube ich, noch geschickt, wenn man Zombies überhaupt ausstellen würde und einfach nur rumtrefft. Ich bin tot, wenn man